Die Vollständigkeit der Dokumente ist die Grundlage, um hier in Deutschland als Arzt praktizieren zu dürfen. Auch wenn ich es anders wollte, wir müssen Ihren Antrag auf Zulassung ablehnen. Tschi. Oh, mich erinnert, Herr Peter, mich konnte ich. Ich hatte dich im Blick. Ich habe zwölf Jahre studiert. Zwölf Jahre. Ich bin Chirurg. Ich kann meiner Tochter keine neuen Schuhe kaufen. Wegen meinem Papier. Wegen meinem Datum. Hey, ihr zwei, helfen wir mal. Wie viel gibst du? 100 Dollar? Ja, das überweise ich dir auf deinen Schweizer Account. Meine Fußschmerz. Kannst du gucken? Was wird das, wenn es fertig ist? Was glaubst du, was hier los ist, wenn irgendjemand von den Behörden erfährt, dass du hier lustig Flüchtlinge behandelst? Ich mache mit dir einen kurzen Prozess. Was? Du willst mir nicht mehr so hart machen. Ich will das von dir hier nicht mehr sehen. Ich will das von dir hier nicht mehr sehen. Du willst nicht mehr einigen. Ich will dich nicht mehr sehen. Herr Doktor, bitte schnell kommen. Gerrit, was ist passiert? Jared! 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 Alles gut, Jared. Alles gut. Notarzt. Ruf einen Notarzt an. Beeil dich. Beeil dich! Riechen Sie so stark nach Alkohol? Das bin ich. Riechen Sie so stark nach Alkohol.